Es wäre 3 Lollipop, es ist 3.18 Uhr mitten in der Nacht, jetzt brauchen wir aber wirklich was ruhiges. Es gibt einen neuen Mann im Leben von Annabelle Lamb, dem widmet sie ihr neues Album und auch dieses Lied. Er ist am 26. Mai 88 geboren, ihr Sohn, Refugee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017